Hi! Ja, hallo! Willkommen wieder im Studio in Saarbeck. Zum zweiten Mal der Videoblog aus dem Studio. Herzlich willkommen. Was haben wir diese Woche gemacht? Ja, wir haben ganz viel gemacht. Unglaublich viel gemacht. Genau, muss ich erst mal zurück erinnern. Vor einer Woche knapp. Also wir haben ganz viel telefoniert. Also Kontakte waren für uns diese Woche ganz wichtig. Wir haben ganz viel telefoniert, ganz viel recherchiert im Internet. Agenturen, Filmproduktionsfirmen. Genau, alles mögliche. Wir hatten auch zwei ganz wichtige Termine diese Woche. Nämlich mit einer Mediaproduktionsfirma. Film- und Fernsehproduktion. Wie hieß das? Genau, genau. Und für die wir eine kleine Arbeit schon erledigen durften. Und wollen mal gucken, was sich da für Projekte noch entwickeln können. Was haben wir noch gemacht? Am Montag. Am Montag, am Montag, ähm, ich weiß nur noch, wir waren noch bei dieser Roland-Vorführung. Ach ja, genau. Die Schaun-Design-Vorführung von Roland. Richtig, die haben uns ihre Instrumente und technische Raffinessen vorgestellt. Das war Montag? Am Montag waren wir verabredet, nämlich mit einer hier ansässigen Agentur, beziehungsweise deren Vertreter. Ja. Wir haben uns mit denen ein bisschen unterhalten. Das war auch sehr interessant und aufschlussreich. Wir planen jetzt die Reality Roadshow. Ganz genau, Reality-Studio Roadshow. Da wird man noch viel von hören. Das Konzept haben wir fertig gemacht und spätestens nächstes Jahr geht es los. Genau, Spannung, Spannung. Noch keiner weiß, was dahinter steckt. Aber es wird kommen und ihr werdet Bescheid wissen, worum es geht dann. Und genau, diese Agentur haben wir dazu bewegt, als Partner zur Seite zu stehen. Die werden uns ein bisschen unter die Arme greifen. Ja, den Rest erzählen wir euch gleich. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Action. Genau, kurze Impressionen von dieser Woche. So, hallo liebe Leute. Ich fahre gerade mit Tim nach Münster. Wir befinden uns im Reality-Auto. Ganz genau, ja richtig. So, und jetzt geht es um die Post. Ich herzlich-Auto. Musik 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 Ganz genau, wird auf jeden Fall sehr schön werden und schön weihnachtlich und so und ja, erstmal schönen Advent und so, ne? Ja. Okay, tschüss. Tschüss.